herzlich willkommen zu diesem video mein name ist christoph saring und heute gibt es eine kleine einweisung zum pc visit mobile support und zwar wenn der zu supportende noch nicht vorbereitet ist dazu habe ich folgende vorbereitungen getroffen und zwar einmal natürlich ist pc mobil support bei mir schon eingerichtet und das zweite ist habe ich eine windows 11 virtuelle maschine gemacht auf die wir uns dann gleich einwählen werden damit wir uns auf den rechner des zu supportenden aufwählen können brauchen wir das sogenannte pc visit kunden modul und das kann der supportende entweder sich selber herunterladen also das gibt dann die möglichkeit zum beispiel direkt auf www.pc-visit.de zu gehen und dann gibt es oben rechts hier einen kleinen button der nennt sich an veranwaltung teilnehmen natürlich können sie auch diesen link auf ihren eigenen webseiten veröffentlichen oder die nächste variante ist man ist in dem in dem dashboard von pc visit und dann gibt es die möglichkeit den link auch zu verschicken das heißt ich gehe jetzt mal in meine ressourcen rein und gehe auf einstellungen dann hat man hier den kunden modul den kann man natürlich schon immer irgendwo parat haben das heißt ihr könnt mir den jetzt per link verschicken oder in die zwischenablage kopieren oder natürlich gibt es ja auch den einbettungscode für die webseite ok so das heißt ich habe ihn jetzt mal hier in die zwischenablage kopiert das ist so ähnlich wie der supportende hat das per e mail bekommen und dann kopiert er sich das einfach mal hier rein da kriegt er hier so einen kleinen download und wir können dieses programm öffnen so die webseite kann man dann schon schließen das was der kunde sieht ist hier im prinzip dieses kleine tool das ist jetzt nicht installiert sondern das läuft nur so lange solange das geöffnet ist jetzt gehen wir mal zurück auf das dashboard und dann kann man im prinzip gleich aus dem dashboard einen eine sitzung öffnen das heißt wir starten hier die sitzung und dann bekommt man hier so ein code die kopieren wir jetzt mal die könnte man jetzt auch wieder verschicken und der kunde das heißt man kann die telefonisch durchgeben oder man verschickt hat diesen sitzungs code ich nach meinem ermessen ich mache das natürlich immer telefonisch und der supportende muss das hier eintragen beziehungsweise ein kopieren je nachdem wie es gekriegt hat und dann kann der hier auf starten drücken so dann kommt noch mal eine abfrage das ist jetzt mein name er fragt den zugriff auf das system da wird hier schon mal ein kleiner link also das heißt es nicht installiert sondern wird es eine verknüpfung gesetzt damit man das nächste mal ist dann etwas einfacher hat das fenster wurde jetzt minimiert das hat man hier unten man sieht hier dass das läuft mit dem punkt darunter das heißt man kann das jemand oben sehen dann sieht man dass hier gerade eine sitzung läuft auch wir verkleinern das wieder sehen wir hier im hintergrund also das ist das fenster hier von der virtuellen maschine und hier im hintergrund sehen wir die ganze sitzung so wenn ich jetzt hier die sitzung beende also ich könnte jetzt falls der supportende nicht mehr am rechner ist weil es ein bisschen länger gedauert hat könnte man den jetzt gleich absperren oder abmelden was immer sehr günstig ist wir beenden das jetzt erstmal nur so dann sind wir hier raus und das was der zu supportende sieht ist im prinzip hier wie lange das gedauert hat und dass der fernzugriff beendet ist so sicherheitstechnisch braucht sich da keiner jetzt großartig gedanken machen der supporter darf oder kann sich jetzt nicht mehr einfach so nochmal wieder aufwählen das ist ein bisschen anders als beim team über quick support wo sich nicht unbedingt das passwort oder die pin ändern sondern hier geht das jetzt erstmal nicht mehr damit der supporter sich wieder neu einwillen muss muss man halt wirklich diese hier beenden jetzt haben wir ja hier die verknüpfung bekommen kann man die doppelklick machen oder wieder aus den download starten halt und man muss im prinzip eine neue fernwartung die die man vom supporter kriegt wieder eintragen so das war schon alles ich hoffe das war verständlich liked das video wenn es euch gefallen hat ein abo schadet mir auch nicht würde ich mich sehr freuen drüber ansonsten einen schönen start in die nächste woche euer christoph bis bald so